hallo ist martin von mannemann keys dass die dachsanalyse für nun montag den 31 7 2023 damit noch nicht neun monat wir haben noch einen tag dann ist aber auch der juli schon wieder vorbei deswegen ist es interessant dass unser dachs hier kleine raketen baut und weiter in die in den himmel steigt denn bekanntlich sind ja eigentlich in juli august september egal wann ich mich zurück erinnere und meine tagebüche durchgucke das sind alles tage wochen monate da bin ich so rückwirkend rein gucke hatte ich eher mehr gewinne auf der short seite zu verzeichnen als auf der long seite deswegen bin ich sehr gespannt wie das jetzt hier die nächsten tage wochen noch weitergeht denn wir sind definitiv langsam im schwachen saisonalen zeitfenster was sich ja dann gut und gerne auch bis in september ein erstreckt also gerade august september oktober das sind wirklich die monate da kann ich mich zurück erinnern an welches jahr auch immer da gab es immer ein bisschen stress auf der unterseite und deswegen schauen wir mal wie der weiter geht heißt aber natürlich nicht dass man sich hier jetzt schon entgegen stellen muss oder dass man jetzt sagt na ja man geht jetzt hier einfach short und baut dann alle 100 punkte einfach aus so lange bis er fällt in der vergangenheit habe ich schon oft leute sowas machen sehen dass wenn man die hose gegangen wirklich immer und man wäre in jedem fall einfach besser dran gewesen wenn man irgendwo mal einfach eine rote wochenkerze abgewartet oder eine rote wochenkerze die dann angetradet hätte mit stop loss drüber und wäre dann weiter gestiegen dann wären wir halt nicht dabei gewesen aber eben auch nicht die ganze zeit in der schieflage drin also deswegen bleibt vernünftig auch wenn schwaches saisonale fenster kommt wartet auf die entsprechenden einstiegsignale und so weiter und so fort bin jetzt gespannt ob die neue woche vielleicht schon was liefert mir gefällt bloß nicht ganz dass es jetzt halt der 31 siebte ist deswegen hatte ich das auch extra noch mal betont zum ersten achten fände ich es fast schon mal stimmiger gefunden wenn er sich wegdreht denn wir haben gestern erinnert euch dran oder arm für das analyse vom freitag auch schon drüber gesprochen dass bei den ganzen zack immer bloß eine kerze stand und der dann direkt weggeschmiert ist vom neuen hoch oder vom nächsten hoch wenn man vielleicht mit ausnahmen nimmt diese situation ja er hat er zack zack und ist dann weggefallen also ich glaube wenn er wirklich ihren fehler ausbruch liefern würde ich weiß gar nicht wohl wohl lege der der strahl aus der verbindungslinie von den beiden also noch ein paar meter der liegt jetzt hier an der 16.580 und ich denke in dem bereich sollte dann auch wirklich umdrehen sonst klettert der uns hier weiter dann klettert er wirklich auch noch einen ganzen meter oder dann kommen wir schon fast über 17.000 und sowas reden also wenn der weiter aufzug bleibt ich würde mich nicht dagegen stellen ich würde ein rückläufenden dann einfach auch langen möglichkeiten suchen wahrnehmen und auch nutzen und wir haben jetzt hier das nächste die nächste station erreicht die zone um beziehungsweise unsere 16.490 die hat er nun wirklich ziemlich genau angeditscht zone 14 16 ich muss aufpassen mit den zahlen ey wenn wir jetzt durch die 300 hier hochgedreht gekriegt oder von der 230 ähm und er läuft hier schön hoch und sehr früh wir hatten gesagt es ist wichtig dass er sehr früh das eben macht ähm dass er dann hoch an die 480 500 läuft und zur seite raus geht um am nächsten tag weiter zu steigen erinnert euch so war die so war das positiv finde ich das nachher von dem feitag jetzt hat er ja komplett bedient das negative war dass sie hier durchfällt und auch durch die 230 fällt und dann irgendwie unten wieder komplett das ganze ding kaputt macht das ist so erstmal noch nicht eingetreten aber auch hier macht es natürlich sinn das ganze irgendwo ein bisschen abzugrenzen und da würde ich tatsächlich schon unter den freitag greifen ich würde gar nicht so viel wert auf das gap hier legen 325 ich denke wenn das zugeht dann kommt ihr auch noch tieferes ich würde schon so sagen die linie hier so ein bisschen 400 nicht 13.000 ich komme auch völlig mit tausendern durcheinander warum auch immer jetzt hier ist eigentlich gar kein tausender wechsel drin normalerweise habe ich immer schwierigkeiten wenn wir von 15 auf 16 springen dann passt mich die ganze zeit mit den zahlen passt ein bisschen genau auf ich zeige es ja auch immer noch mal extra im zweifel kontrolliert einmal doppelt mir ist wichtig dass wir die 16.400 16.380 nach oben verteidigen das wäre darüber wäre für mich alles positiv darüber wenn er da runter kommt und er setzt dann darauf auftritt wieder hoch wäre für mich positiv würde ich weiter hoch erwarten das nächste station dürfte so im bereich 16 doch 16.560 bis 16.600 sein das ist noch mal eine schöne zone dann haben wir oben 670 700 67 und die 800 als nächste anlaufstellen und das heißt bleibt er uns oberhalb der 16.400 dreht dort wieder auf einfach stück für stück lassen steigen lassen steigen es gibt keinen grund warum er runter muss auch saisonal ja klar da haben wir statistisch betrachtet dort eine schwäche drin aber statistisch betrachtet saisonale schwäche bedeutet immer es gibt mehr monate die negativ sind als dass sie positiv sind oder auch quartal es ist nicht so dass es immer nur negative monate sind wenn sie statistisch schwach sind ja das dürfte nie vergessen sondern das ist der schnitt aus allen monaten und dazu gehören die besonders guten und die besonders schlechten dazu ja und irgendwo findet sich dann eine statistische mitte natürlich hat man da einen kleinen gewissen wahrscheinlichkeit aber es gibt einem auch keinen grund sich gegen einen trend zu stellen es ist nie ratsam sich gegen einen trend zu stellen denn man kann immer auch wenn man auf eine statistisch statistisch saisonale schwäche hin treten möchte einfach auch warten bis man dann entsprechende verkaufssignale eben kriegt und die dann nutzen ja und deswegen seite einfach ein bisschen vorsichtig ich würde mich vielleicht sogar ne ich weiß gar nicht ob ich mich freuen würde wenn er am montag jetzt direkt umkippt aber ich glaube ganz besonders freuen wird es passiert das wird ganz schön dass ich glaube das hat ein ganz schön anstrengend nun das wird dann viel seitwärts werden dann ich glaube es wäre sogar fast einfacher den oben raus zu treten ich glaube schon ja also ich glaube oben raus wird es wesentlich einfach haben wir schauen gucken ob uns den gefallen dann tut also 400 380 nach oben aufdrehen neue hoch ist immer wieder gut ja trendfortsetzung einplan weitere hoch ist ein plan 600 einpeilen 67 gemacht habe ich euch gerade aufgezählt das ist alles okay kritisch wäre es in meinen augen wenn wir unter die 380 370 sag mal 360 zurückfallen und da von 360 würde ich dann damit rechnen dass wir das gäbe zu machen 325 auch noch mal die 300 anlaufen und dann geht er auf 230 und dann kommt die erste komische situation wenn haben wir ein neues höheres hoch dann würden wir ein tieferes tief bekommen dann müsste erstmal wieder ein tieferes hoch stellen und noch ein tieferes tief und erst dann hätten wir eine umkehr und dann steht er schon wieder genau in der range dass das war dollar kompliziert wird sich bestimmt auch scheiße traden lassen aber wichtig ist für uns zu erkennen dass er unterhalb von 360 eher eine tendenz auf die 230 bekommt dass die 230 selbst dass es sehr wichtig ist für den markt von dort auch wieder gut nach oben reagieren kann und wenn die 230 aber auch fällt wie hier unten in eine elendische eierreihe wieder reinrutschen also das sollte man so weit im auf dem radar haben damit man gegeben falls auch neue long positionen eng schüren kann ich denke es gibt auch keinen grund hier zu lange leine geben zu lassen wenn er eben doch in die schwäche einspielt also so ein schwaches pattern hier anspielt dann muss man auch nicht am top long drin stehen und das über ich sag mal bis bis ende oktober aussitzen das muss auch nicht sein ja dann lieber zügig einen cut machen und dann eben noch aus der restlichen bewegung irgendwie versuchen was rauszunutzen aber ja ich würde ich würde fast denken wir gucken noch mal drüber am montag hauen hier vielleicht mal oben in das band rein hier irgendwie so 560 bis 600 das halte ich für realistisch muss halt bloß nach neun uhr nach zehn uhr am besten auch noch neue tages hoch liefern dann sollte das eigentlich kein problem sein und er sollte die 400 383 von oben verteidigt bekommen ja wenn das gelingt steht neuen weiteren hochs eigentlich auch nichts im weg ja dann würde ich hier zu machen wünsche euch viel erfolg am montag gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss